Hallo zusammen, ich bin Reto Fries und arbeite im Strassenbau bei Walo Bertschinger im dritten Lehrjahr. Jetzt kommt mal mit und ich zeige euch mal meinen Beruf. Die Haupttätigkeit im Strassenbau ist Werkleitungen verlegen. Hier bin ich an einem Kabelschutzer und verlegen und an einem Schliessen. Hier bin ich am Belag am Schneiden, damit man den Belag aufmachen und die neue Werkleitung anschliessen kann. Die Voraussetzungen für den Strassenbauberuf sind, dass man körperlich fit ist, dass man konzentriert arbeitet, sonst gibt es Unfälle, und dass man Teamfähig ist. Das Coole an meinem Beruf ist, dass man draussen arbeiten kann, und dass man sehr viel abwechslungsfähige Arbeit hat, dass man mit grossen Maschinen arbeitet, und dass man mit einer guten Gruppe, guten Leuten zusammen arbeitet. Ihr habt einen kleinen Ausschnitt gesehen von einem Strassenbauberuf. Ich hoffe, ihr bewerbt euch bei Walo Bertschinger. Bis zum nächsten Mal.